Mein Name ist Nadine Leisgang und ich bin Physik-Doktorandin an der Universität Basel in der Nanophotonics-Gruppe. Ich interessiere mich für die optischen Eigenschaften neuartiger Materialien auf der Nanometer-Skala, insbesondere sogenannter Van der Waals-Materialien. Deren geschichtete Struktur ermöglicht es mir, einzelne Lagen voneinander zu trennen. So kann ich Materialien erhalten, die nur wenige Atomlagen dick sind. Diese zweidimensionalen Schichten kann ich dann in neuen Kombinationen wieder zusammensetzen, ähnlich wie Lego-Bausteine. Das kann zu ganz neuen optoelektronischen Eigenschaften führen. Jede neue Struktur und jedes neue Experiment erfordert Originalität und Kreativität, genau wie jedes großartige Kunstwerk auch. Struktur und Kreativität Jede neue Struktur und Kreativität Z� 라in Z dyeing Zäing Kreativität Vielen Dank.